soo hat ja super klappt gleich ähm ja hallöchen Leute und herzlich willkommen zu let's play ach ne, let's streamen Dirty Universe Online, oh hier ist ein kleiner Spoiler dabei ja ja so ist das wie ihr sehen könnt ich habe jetzt eine Kamera das finde ich super toll weil ich das super toll finde und jetzt muss ich kurz noch was gucken Übertragungseinstellungen ähm arbeiterte Einstellungen Video Einstellungen der Kamera Größe, Mittel Groß Oha, nicht groß alter Horizontal drehen Oh mein Gott ich sehe aus wie ein Freak so rum So umsieht normal aus Hintergrund Kreisausschnitt Ist das retarded alter ähm automatischer Ausschnitt Ich muss mir das gar nicht angucken weil Ah, hey wenn ich ein Greenscreen hätte Ich hab ein Greenscreen Fürs nächste Mal, wir wissen ja wie es geht ne Cool eigentlich, cool Naja ähm Effekt, Comic, Pixel, Scanlinien, Spielzeugkamera Kein Effekt Ist ein bisschen hell muss ich sagen Ja, ein bisschen knackiger muss ich werden mit dem Kontrast jetzt So und Transparenz machen wir ja wie immer rein So damit es so ungefähr wie am PC aussieht Unten links Nein, unten rechts wollte ich Hallo Ha Es war nicht super Ich freu mich grad voll Dass das klappt Ist ja doch eher selten bei mir Dass etwas auf Anhieb klappt So Ha Nett Ich weiß gar nicht Ihr könnt es wahrscheinlich grad gar nicht sehen Dass ich hier alles rumprobieren könne Könne Gut Ähm, Party Audio übertragen Nein, 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 nein Ähm, Kommentare nicht anzeigen Die gucke ich mir immer Wie immer auf meinem extra Laptop an So Hallo Oh Gott, jetzt glotze ich mich die ganze Zeit an Das ist ungewohnt für mich Dass ich mich selbst sehen kann Stellt euch mal vor Ich könnte mich selbst hören Dann wäre ja alles vorbei So Ja, ich hab gesagt Ähm, T1 Stream machen wir jetzt T1 sollte ja immer leicht Äh, sein Missionen zu finden Ähm Gehen wir erst ein Tor Ach, Quatsch So T1 Szenario, Szenario, Szenario Warteschlange Ähm Was sind wir denn? Sind wir schon im Frontkampf? Ach, wir gehen auf beides ein Was? Scheißegal Gibt ja eh keinen Am Anfang ist doch Hä? Smallville? Können wir nicht nehmen, oder? Kampfwertung zu niedrig Okay So, ich muss hier mal kurz Ich kümmere mich hier mal kurz um den Twitch-Livestream-Laptop Doch besser Manchmal geht's manchmal nicht Oh, ein Kommentar und ich kann ihn noch nicht lesen Tut mir leid Der wird gleich gelesen Ich bin aus Versehen auf Mac gegangen Anstatt auf Windows Ja, ich hab ein Dualboot, deswegen Oh, Fachchinesisch Cool Ich hab grad überlegt, warum da ein Kommentar war, aber kein Zuschauer Ach, jetzt bin ich schon wieder auf Mac Ich hab nicht voll vor Mac ist viel leiser durch die SSD Oh, noch ein Kommentar Cool Tori Hier, ich bin ein Problemkind Hallo Oh, ein Acer Extender Ey, sag nichts gegen den Acer Extender Oh, Eier, es kostet Wenn man den richtig aufmodzt Ist das die geilste Maschine der Welt Und ja, das habe ich getan Das Teil hatte ursprünglich, glaube ich 3 GB RAM Jetzt nicht mehr Ich glaube, jetzt hat es 6 gerade Ja, jetzt sind wir gerade bei 6 RAM Aber bei Zeiten können wir es ja auch nochmal upgraden Ja, hat ein SSD drin Also ein SSD und ein HDD drin Hi, The Savior Ja, sieht cool aus Echt cool aus Oh, Popo Ähm Lass mich überlegen Was habe ich gerade gesagt? Achso, ja, wir haben hier gerade eine Ich glaube, eine kleine SSD Aber hier nur drin Für 60 GB für Mac Einfach weil bei Mac Da brauchst du ja nicht viel Was brauchst du denn bei Mac? Das ist immer so eine Sache Da brauchst du nichts Und deswegen Machst du mal ruhig Und eine 500 GB HDD hat er auch drin Anstatt einem DVD-Laufwerk Einfach weil ich denke DVD-Laufwerke sind tot So bin ich nun mal Kann jeder denken, wie er will Und ansonsten, ich liebe diese Tastatur Diese U-förmige Tastatur O2-Schauer Hallo und herzlich willkommen Mit Kamera Tut mir sehr leid Ich will jetzt nur kurz am Laptop Twitch öffnen Wir warten hier gerade auf eine Instanz Oder warten wir? Ich hoffe, dass wir warten Ja, wir warten Okay, wir warten nicht mehr Wir gehen mal an die Post Sie haben Post Warum sind denn alle heute so rot? Oh, so viele Geschenke Ihr seid die Besten German Shadow Dankeschön Ah, der liebe Snife Läuft bei dir Ey, irgendwie musste ich das bei mir etabliert haben Ich weiß es nicht, warum sich das immer wieder wiederholt Wieder, wieder, wieder Wieder, wieder, wieder Wieder, wieder, wieder Ihr müsst mal sagen Wenn ihr das Bild zu transparent findet Dann ist das Bild zu transparent Ach, Allergie So Mach mal Dropbox hier kurz aus Meist geklickte Seite ist auf meinem Windows Twitch Nicht YouTube YouTube kommt danach Und dann kommt MyDeals Alle MyDeals-Fans Geben ein Lint Hat erledigt Das Bild ist so mega flüssig Das habe ich eigentlich sonst nie Das ist so flüssig Der Wahnsinn Zwei Zuschauer Cool So Achso, ich kann mir jetzt die vergangenen Kommentare hier nicht angucken Ja gut, dann muss ich die hier kurz gucken Nicht wundern Ich bin kurz im Menü Kommentare anzeigen Circus Alligalli läuft Das tut mir sehr leid Aber so ist das manchmal im Leben Man muss Entscheidungen treffen Guck da einfach Circus Alligalli Mieter egal Die Stream Übertragung ist übrigens wie immer sehr gut Wer da leider schlechten Empfang hat Das tut mir sehr leid Ich habe da mal bei Twitch angefragt Kriege natürlich keine Antwort Mit 111 Views Oder keine Ahnung was Kann ich auch verstehen Die können sich ja nicht um jeden Pimmel kümmern Ja, ich habe mich gerade selbst als Pimmel bezeichnet Ach komm schon, echt? Warum dauert das denn jetzt hier so lange? Das kann doch gar nicht sein Ich such nach einer Oh, ich drücke jetzt mal auf die falsche Dings Hallöchen und herzbekommen Mein lieber Zuschauer Äh, ja Äh, langweilig Kandak ist also erst 40 Genau Zwei Spieler Naja, die können wir eigentlich auch mit rein machen Ja, machen wir auch mit rein Das ist jetzt Wisst ihr Ich will jetzt einfach mal was machen Kämpfen, kämpfen Auf welche Rüstung sind wir letztes Mal gegangen? Weiß das noch jemand? Müsste ich jetzt gleich mal nachgucken Aber wenn wir hier uns aufhalten Obwohl, hier ist ein Deal eigentlich Sehe ich das richtig? Korrigiert mich Äh, wir sind auf Flash gegangen Letztes Mal, glaube ich Auf den ersten Flash Ja So ist das Achso, übrigens Äh, ich möchte natürlich immer auf aktuelle Themen In diesen Streams eingehen Und deswegen werden wir jetzt Geil Deswegen werden wir jetzt, äh, kurz Das Thema anreisen Anreisen Ja, wir reisen dorthin Mit dem Flugzeug Ähm Apple Und seine neuen Produkte Denn ich habe da Einige Mankos auszusprechen Wenn man es mal so sagen darf Hallo, hier bin ich Ähm Ich denke persönlich, dass Naja Ne, also ich habe ja schon immer Apple war immer ein Zwiespalt für mich Weil Steve Jobs ist einer meiner größten, ne Vorbilder und so weiter Ja, renn doch durch Sorry, ich lebe, Alter Ja, äh, deswegen Ist es immer ein bisschen schwierig zu sagen Äh, Apple ist komplett scheiße, aber Mhm Die Idee Geh hinter Apples Der Wahnsinn Ah Aber Ähm Das, was sie so machen mit den Preisen Geht gar nicht mehr, also Ich meine, okay So ein iPhone, sind wir jetzt gewohnt Kostet um die 800 Euro Das dann aber Ein Smartwatch aus Edelstahl Was man ja so für gewöhnlich immer hat Bei Uhren Edelstahl Okay, meine Sony Smartwatch würde aus, ähm Aus Edelstahl, glaube ich Ich weiß nicht, was das für ein Metall dort ist Ähm, 180 Euro kosten Okay Software, die verbaut ist, ist natürlich Äh, Quatsch-Hardware, die verbaut ist, ist natürlich Nicht gleichwertig, aber Trotzdem, Alter, geht doch nicht Klar Was denken die sich denn dabei Das kann sonst noch, äh, kann meinetwegen ein Hardware-Kunststück sein, aber Das geht nicht Das geht einfach nicht Schnell, verwandle die Gefangenen So 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 Wo ist der Rollenbecks eigentlich? Nein, da ist er nicht Du siehst mich nicht Boah, viel Zuschauer läuft bei mir Zoom Ist eigentlich, äh, weiß es schon jemand Wie weit ist denn Flash gerade die TV-Serie hier in Deutschland? Ist, ist dort, äh, der Zoom schon vorgekommen? Also der gelbe Blitz wird ja ab und zu angerissen, glaube ich, oder? Oder noch nicht? Ah, ich bin so unschlüssig Redet alle nicht durcheinander Halt, stopp Oh, äh, ich wundere mich gerade, warum wir hier so gechillt durchkommen, aber Ja, gut, wenn der Cold natürlich ein CR von 103 hat, ist das immer ein bisschen lustig Hä, was mache ich denn hier eigentlich? So, äh, ich würde gerne wissen Wie ich meine Rolle wechseln kann Da bin ich am, äh, am PC würde ich jetzt einfach sagen F1 Was ist hier F1? Das ist anvisieren, das ist blocken So, weiter jetzt Ey, oh, geht nicht weiter Da hinten ist noch einer Wollen wir ihn umlegen? Dann nicht Gut, ich dachte, er macht das jetzt hier für irgendeine Feed, aber okay Boom, 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 boom Bang, 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 bang Pow, 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 pow Was haben wir hier noch dran? Gruppenbeute Ah, hoch Den Knopf hochdringen, ich war dreimal schon da Oh Gott, ich habe gerade PvP umgeschafft Das wollte ich eigentlich machen, hier, den hier Oh, geht im Kampf nicht, geht im Kampf nicht, habe ich vergessen Ich wusste ja nicht, dass ich im Kampf bin So nicht, Freundblase, so nicht Weil nein, da halten wir wenigstens so ein bisschen mehr aus, wenn wir das jetzt machen Wenn wir eine Rolle wechseln Geht im Kampf immer noch nicht, okay Hey, achso, ich wurde wenigstens vorgebeamt Ich bin die Steuerung, läuft mir hier Gott Der taucht ja auch auf Ihr Bestpac Ob das der Endboss von der ersten Staffel Flash wird Ich kann es mir gut vorstellen Weil, wenn er immer wieder so angerissen wird Aber okay, das wird ja Zoom auch Ich möchte natürlich keinen Spoilern, das ist immer so eine Sache Oh, komm schon Grotto bist down Es war mir eine Elle mit ihnen gekämpft zu haben Oh, bescheidene Antike Statue Dankeschön Stinklüfter Lass es liegen